Ja, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde How to Survive mit der Spielpirat Ja, ich würde natürlich gerne mal heute irgendwann was finden wo ich hier wieder ein bisschen abspeichern kann Wir suchen nämlich hier die ganze Zeit schon nach Möglichkeiten. Ich überlege, ob ich mit so einem Schiff mal eine Runde irgendwo rüberfahre Das werde ich glaube ich wahrscheinlich tun, wenn ich jetzt hier nicht langsam Hier kommt so ein wildes Wildschwein, ne? Zack, wenn ich hier nicht langsam mal irgendwo was finde, wo ich irgendwas machen kann Denn wir müssen das nächste Paket finden, das ist bereits da oben Ja, komm, dann gehen wir einfach mal da lang. Was haben wir denn hier? Pilze Wow, 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 wow Wow Und? Tot Super Klappt doch heute wie am Schnürchen Okay Dann kriegen wir wenigstens Bier schon mal weg Zack Zack Das klappt doch heute mal ganz gut Holen wir uns die hier noch am Rande der Bande Zack Und auch weg Was? Hat die gerade so geschrien? Keine Ahnung Ne Leute, ich bin jetzt hier nicht hergekommen zum Sterben Ja, das sollten wir euch klar sein Ich bin hier hergekommen, weil ich was finden wollte Und ihr wisst hoffentlich, was ich finden wollte Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da ist mein Schlafplatz Das ist gut Ach, da haben wir doch mal irgendwann angefangen heute Ähm Und Ja, 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 ja Ich suche da Ist ein Paket Oh, wie toxisch grün Die auf einmal aus dem Boden rauskommen Sind die ganze Zeit schon so toxisch grün rausgekommen? Wow Wow, 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 wow Ich wollte nur das Paket aufheben Leute, keine Angst Zack Du bist voll daneben gerannt, Mann Guck doch mal die Augen auf Ach, guck mal Hier ist ein Flugzeug gestrandet Haha Wer hätte das gedacht? So Wie viele Pakete haben wir denn gefunden? Eigentlich Sechs Stück Sieben, acht, neun, zehn Ähm Wollt ihr mich verarschen? Auf der ganzen Insel? Oder auf allen Inseln? Warte mal, warte mal, warte mal Finde sende ich Pakete von Sanchez Und bringe sie zum Wasserflugzeug Ha Ich habe das Gefühl Dass das hier nicht das war Was ich nur dachte Einfach, dass die Pakete hier nur auf einer Verschissenen Insel sind Ähm Sondern die sind anscheinend überall Verschollen Keine Ahnung Und ähm Das macht es jetzt aber auch nicht leichter Wow Guck mal Wie die Harmlosen Und die weniger Harmlosen Alle nebeneinander hocken Das ist schon der Wahnsinn Du kannst auch sterben Bevor du mir hier gefährlich wirst Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ich müsste hier eigentlich rüber Und das heißt Ich muss da durch Ich will was abspeichern, oder? Zeit zum Sterben Ich wollte noch nicht sterben Okay Tun wir es einfach mal Okay Warum? Hätte er hier Ist Grafik-Bug oder was? Wo kann ich mir hinlaufen jetzt? Ich sehe das gar nicht Wo ich drauf kann Da ist glaube ich hinten eine Landzunge Ach Gott Fick dich doch Echt mal Oder hinten kann es schon mal explodieren Ganz freundlich Ähm Ich muss hier wieder drauf Ich muss hier wieder drauf Okay Diese Blutflecken hier Ist ja krass Stirb Zack Aufgesammelt Komm ich komme dir entgegen Da brauchst du nicht so weit laufen Ist doch freundlich von mir, oder? Ist doch freundlich von mir So muss das sein Hier Du musst auch nicht zu mir kommen Ich töte dich auch einfach auf Entfernung Ach guck mal Wir haben eine leere Flasche Leere Flasche ist immer gut Leere Flasche zusammenfügen Mit Benzin Und die wiederum mit Stoff Und ach Ihr wisst doch mittlerweile Wie die ganze Sache funktioniert Hervorragend Und nein Die wähle ich jetzt gerade nicht aus Okay Was haben wir denn hier? Verbesserte Kettensäge mit hoher Leistung Achso Mit Doppelkanister Okay Aber Doppelkanister habe ich doch schon gebaut, oder? Eigentlich Ähm Oder habe ich die Erfahrung noch nicht dazu gehabt? Kann auch sein Oh, das ist einfach nur ein Craftingrezept gewesen Ich weiß eh noch nicht Ob das nur Craftingrezepte sind Oder ob das auch so Pflichtprogramme sind Ähm Hey, wie kommen wir denn da jetzt drauf? Wir müssen einmal hinten rumlaufen Wie müssen wir das jetzt tun? Oh Gott Ob wir hier runterlaufen können? Ja, kommen wir Super Okay Okay, ich dachte schon Wir müssen durchs Wasser laufen War wahrscheinlich hier so ein So ein gut gemeinter Trick hier irgendwie Wie man uns mal verarschen wollte hier Aber Nein Nein Ich will jetzt nicht sagen Ich Idiot Aber Ich Idiot Scheiße Das ist eine Brücke Können wir mal hier lang laufen Das ist eine Brücke nicht gleich aufgibt dass ich endlich wieder speichern kann es muss ich echt freiwillig sterben oder so keine ahnung aber das heißt dann auch der letzte punkt und auch alles bescheiden ok gucken was wir hier noch finden noch mal eine leere schmeißen man weg wir schmeißen das gerade noch mal weg und nehmen noch mal die leere flasche auf leere flasche ja leute ich muss immer was verbinden erst mal noch etwas genau und dann gar nicht weiter gehen und ich nehme für die getränke mit so und wo war guck mal hier oben drei gehängten gras werden die gehängt das war auch bestimmt kobeck oder wer auch immer ja und hier ist die brücke im arsch super wie komme ich da jetzt hin ich glaube ich muss mal zum zum affen laufen bis da war ich echt schon fast drüben gewesen und dann verkack ich die ganze geschichte hier auch noch nicht doof naja egal warte mal war das das paket hier ach das ne das war noch ein anderes ok was habe ich hier junge 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 und dieses crafting rezept wäre ich doch schon aufgeschmissen je und wie und je meine ich lehren kann es ja nicht aufnehmen sprich mal mein freund also überlegen koko koko versteckt gelbe glitzer katze ich habe da was für dich mein freund gucke mal wunderschön überlebende sehr stark koko gibt überlebenden belohnung na was kommt jetzt ein roter stein und level aufstieg das heißt meine bedürfnisse eigentlich müssen noch meine bedürfnisse wieder gedeckt werden die frage ist was mache ich jetzt mit diesem roten stein was habe ich denn jetzt sage kraftet alter die goldene version der waffe mit 50 prozent mehr schaden schön das ist eine gute sache das ist eine investition in die zukunft allemal kann ich hier runterspringen und da drauf laufen sollte doch klappen oder ich krieg zwar nur mit zwei ko aber trotzdem 50 prozent mehr schaden also geil dieses goldene ding jetzt hier ist ja mal der richtige hammer gefällt mir und was haben wir denn hier arm schutz mit eisenplatten sehr hoch okay ja dafür müssten wir jetzt natürlich noch mal den arm schutz haben weil eine eisenplatte hätte ich aber ich bräuchte wieder viele reifen dafür und ich komme leider nicht dran zumindest weiß ich nicht wie geht mal sterben jetzt angreifen oder was da hast du das ja auch getan du sau immer sterben geh mal sterben ich mache mein feuer hier wo haben wir jetzt unser paket das finde ich irgendwo das paket gewesen ach nee ist auf der anderen insel war ach so aber ich konnte hier rüber oder nicht war hier nicht über der übergang was so war das gut dann gehen wir kurz zu dem kanister und füllen den noch mal eine anständige runde okay alles klar jetzt haben wir auf jeden fall schon wieder mal ein bisschen was gefüllt und dann gehen wir mal rüber bevor wir sterben zack und dann war das glaube ich hier hinten gewesen wir konnten hier rüber laufen okay und jetzt dürfen wir da oben aber nicht von der brücke runter stürzen das wäre jetzt wieder fatal so hier rennen wir auch nicht sondern wir töten einfach nur habe ich mir sagen lassen eisenplatten sind immer gut okay machen wir alles aus dem stand da ist eine leere flasche auch gut alles klar gut dann haben wir das doch auch schon erledigt jetzt müssen wir langsam gucken wo wir jetzt hier hinkommen wenn wir jetzt hier nichts speichern dann schlage ich vor dass wir hier langsam irgendwie uns verziehen weil ich bin ein bisschen abgebrannt gerade kommen wir hier rauf ja wir kommen hier rauf wo stehen wir jetzt wir stehen jetzt hier bekommen wir dann noch lang sag mal ich weiß nicht ob wir hier lang laufen können das ist gerade so ein problem was ich hier habe ich muss jetzt langsam aber sicher hier mal irgendwo ein speicherort finden zack zack und auf der nächsten insel drauf wie jetzt äh freundchen gott kam von hier weg bin mir gar nicht so sicher mest ich keine ahnung da drüben ist land hier auf land drauf kommen scheiße man ah das kacke alter ich bin drauf brauchst gar nicht blöd gucken piranha haufen kack so 49 ich würde gerne hier runter man ich komme hier nicht runter so eine scheiße hier ah Leute wahrscheinlich ist meine Aufnahme gleich auch erstmal erledigt dann kann ich mich gleich sterben lassen hier damit ich wenigstens wieder speichern kann ansonsten fange ich irgendwo an und das würde mich äh extrem abnerven wenn er mich versteht aber ich glaube ich kann da drauf so ah nein da war ich doch what ich nein scheiße ich gehe einfach sterben tschüss Kinder ne doch noch nicht ganz aber gleich gehe ich sterben ich habe keine Möglichkeit ich weiß nicht was ich tun soll mach doch vielleicht hier lang zu laufen und ähm gerade zum spiegeln die Zeit auch mit meiner Aufnahmekapazität wow ich habe hier wirklich ein how to survive ähm der allerschönsten Sorte jetzt sind wir hier da drüben haben wir einen Schlafplatz komm da habe ich einen gesehen okay okay dann laufen wir jetzt einfach mal da lang und wir machen hier gerade nochmal alles fertig zack die machen wir auch fertig und den hier auch komm dann dann rasen wir jetzt gerade mal hier durch zack dich machen wir auch tot und dich machen wir auch tot lass mich kurz gucken wie ich da lang komme ach das war wieder das hier oben ne ah ok stirb doch einfach zack 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 wenn wir jetzt schlafen können dürften wir eigentlich jetzt glaube ich wieder ganz gut durchkommen nein nein ich hab was fallen lassen gerade Fuck Ach du Kacke Kann mir mal einer sagen, warum ich das jetzt gerade fallen lassen habe? Scheiße Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen So Blöder Hans Wurst, was habe ich denn hier aufgenommen? Ein Helm Ich Idiot Man kann sich sein Leben auch schwer machen Ich wollte eigentlich gerade die Aufnahme unterbrechen Ha Wir schließen mal eine Runde Schlafen eine Runde und hoffen, dass wir mal eine Runde speichern können Und Wenn nicht, keine Ahnung Scheiße Ich will hier mal Schluss machen Keine Ahnung Speichern konnte ich hier auf jeden Fall nicht Ey, ist das Kacke Ich weiß, was ich machen soll, Leute Ich habe keine Ahnung Ich kam da nicht lang Tja Das heißt für mich wahrscheinlich Dass ich gleich ein großes Aufnahmeproblem habe Und Wir werden dann wahrscheinlich sehen, wie es weiter geht Keine Ahnung, oder ob ich das sein wieder aufspielen muss oder so Ich Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie das jetzt ablaufen wird Weil ich so schnell werde ich hier wahrscheinlich nicht durchkommen Ähm Und Ja Müssen wir mal gucken Warte mal Wo lang müssen wir jetzt gerade Darunter, darunter, darunter Zum Schiff Was wäre der kürzeste Weg zum Schiff Ich weiß es nicht Hier kam ich nicht runter Ach Leute Ich habe so verkackt Ich habe so verkackt How to survive Der Spielpirat überlebt nicht in Real Life Ähm Eigentlich kann ich nur hoffen, dass ich gerade irgendwie Missverstandenerweise einfach gekillt werde Ach der, fick dich doch So Wo sind wir jetzt so hier? Wir sind jetzt wieder da Da kommen wir eigentlich gar nicht lang Das ist so Urks jetzt Das nervt mich Lass uns hier runterlaufen Können wir das? Ne Wir müssen jetzt hier lang, glaube ich Ne Okay Wo war denn jetzt der Weg nach unten? Der war hier? Ach fuck Stirb doch einfach mal Bäm Okay Ah meine Zeit läuft Ich suche gerade, ob ich hier noch eine Abkürzung finde Für irgendwas Wenn ich jetzt hier irgendwas noch in die Luft jage oder so Gucken wir einfach gerade mal Wo sind wir hier? Da lang, da lang, da lang Ich glaube Das könnten wir vielleicht noch hinkriegen Oh siehst du, bei mir hängt das jetzt schon Was so viel heißt, dass wahrscheinlich gleich Meine Aufnahme kacken wird Okay Wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang runter Kommt Das schaffen wir noch Scheiße Es wird wenigstens wieder Tag Fuck Oh nein Scheiße Oh Gott Ich habe noch eine Kettensäge Sehr gut Fuck An die hätte ich auch mal früher denken können Und Leck mich Wo ist mein Da ist er Okay Ich komme nicht weiter Ich komme daran nicht vorbei Weil Ohhh Woh dr